Im Obst- und Gemüseanbau richten Nematoden weltweit verheerende Schäden an. Die winzigen Fadenwürmer leben im Erdreich und die Larven befallen die Wurzeln der Pflanze, wie hier der Wurzelgallen-Nematode. Die Schädlinge dringen in die Wurzeln ein, vermehren sich und blähen die Wurzeln von innen auf. Dabei saugen sie Nährstoffe und Wasser aus den Wurzeln. Die Pflanze wird krank und schwank. Fluopyramm von Bayer stoppt den Befall. Dazu wird der Wirkstoff über Tröpfchenbewässerungssysteme ins Erdreich gegeben und so gezielt an der Wurzel eingesetzt. Der Wirkstoff macht die Nematoden bewegungslos und sie sterben ab. In einem zweiten Schritt bekämpft das biologische Produkt Bio-Act die verbliebenen Nematodeneier. Hierzu wird der Bio-Act-Pilz ebenfalls direkt über das Bewässerungssystem an die Pflanzen abgegeben. Der Pilz besiedelt die Eier und ernährt sich von diesen. So wird verhindert, dass Nematodenlarven schlüpfen und neue Wurzeln befallen. Mit gesunden Wurzeln kann die Pflanze optimal wachsen und drohend Ertrag bringen.